70 Kilogramm Beide Jungs, bitte zum Kampfrichter, zum Linkrichter in der Mitte Windfrei, Runders Beide Jungs Beide Jungs Beide Jungs Ja, das kommt ja auch noch dran, das ist auch noch eine geile Gag. Komm mal und fang schon. 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 Komm 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 schon. Es gibt einen Boxen. Die anderen haben einen Schwer. Die anderen haben einen Schwer. Die anderen haben einen Schwer. Aber ich weiß nicht. Oh! Jetzt werdet ihr das Klima unten, weil die Klimaschreisendante sind. Jetzt lass mir doch noch gut. Ja, auch bei Joerich. Willst du so, siehst du, wirst du wirklich? Hörst du ein Meter? Ja, wie alt ist es, was mir ist es? Oh man... Was ist denn los mit dir? Wie viel kostet es? Ich habe kein Geld mehr dabei. Was ist denn los? Ja. 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 Das Urteil zu diesem Kampf trägt das Motto Es ist nie zu spät, um eine Aufholjagd zu starten. Der Sieger kommt aus der blauen Ecke. Der neue Spitz-Rückgang von FFW-Jahresbrück. Aber die ersten zwei Rücken waren ganz, 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 ganz super stark von Massiola Ranz. Superbarian Ranzut, auch an dich, großes Rund.